Ist dir das in Harry Potter aufgefallen? Wir alle wissen, dass Hermine ihre Eltern beschützen musste und deshalb einen Gedächtniszauber bei ihnen angewandt hat. Dies musste sie tun, um ihre Eltern zu schützen, falls irgendwelche Todesser versuchen sollten, Informationen über Harrys Aufenthaltsort aus ihnen heraus zu bekommen. Aber das war nicht der Obliviate-Zauber, den sie angewandt hat, wie in den Filmen gezeigt, der alle Erinnerungen einer Person löscht, ohne die Möglichkeit, sie zurückzubringen. Der wäre ähnlich wie das, was Gilderoy Lockhart passiert ist. Mit dem Gedächtniszauber, den Hermine angewandt hat, kann sie eine falsche Erinnerung in den Geist ihrer Eltern pflanzen. Sie lässt sie glauben, dass sie andere Menschen sind, als sie tatsächlich sind. Abonniere den Kanal gerne für mehr Harry Potter Content.